Heute besuche ich das Alpincenter Hamburg-Wittenburg und weil ich kein Skifahren kann, habe ich Marianne und Micky mitgebracht. Hallo Mina! Hallo! 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 Ihr seid hier, um bestimmt ganz viel Spaß zu haben. Genau, und wir würden keine Zeit verlieren. Okay, dann gibt es jetzt ganz schnell eure Hotel-Schlüssel. So, dann habe ich hier noch eure All-Inclusive-Banner. Was kann man denn damit machen? Damit kann man so viel essen, wie man will, so viel trinken, wie man will. Du kannst Kartbahn gehen, Quad fahren, du kannst Klettern im Hochseilgarten, aber natürlich auch Skifahren und Slowboard. Was wollt ihr denn zuerst machen? Skifahren! Hallo Bina, da seid ihr ja. Hallo! Grüß euch! Hallo! Hallo, bist du denn schon mal Snowboard gefahren? Nee, noch nie. Nein, na das lernst du jetzt bei mir, okay? Ja. Gut, dann geht's los. Das ist hier unser Anfängergelände. Hier kannst du Ski und Snowboard fahren lernen. Dann lass mal anfangen. Ich kann mich gl�. Tá? Ja. Musik Seid ihr bereit? Ja. Alles sitzt, die Ausrüstung? Ja. Okay. Dann geht's jetzt hoch hinaus. Und was machen wir jetzt? Habt ihr Hunger? Essen! So, jetzt bist du top gerüstet fürs Quadfahren. So, Bina, jetzt wird's richtig schnell. Jetzt kannst du auf unsere riesigen Kartbahn fahren. Tschüss. Was machen wir jetzt? Wir als Selbststudent von Wasserskifahren. Das ist cool. Okay, dann fahren wir jetzt nach Sachon. Bis zum nächsten Mal. Und hier hat es euch verfallen. Das war super. Das ist schön. Das freut mich. Also ich komme auf jeden Fall wieder. Super.